Musik Kinder der geschälten Bananen und der klein geschnittenen Äpfel, aber nicht Zwiebel, die stinken. Herzlich Willkommen zu DMC, bin Co-Hopern, 100 Meter Zahlen dran. Wir starten ohne lange zu bubblen in die Mission 17, Furnace of Souls. Los geht's. Das ist das, was es geht, was es geht, was es geht. Ich bin on my own? Willst du mir nicht helfen? Da sind wir schon. Okay. So kann man wenige Minuten Spielzeit kaufen. So macht man das nämlich heutzutage. Zack, 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 zack. So, kaputt. So einfach geht's. Und rüber. Zip. Oh, kann man nicht einmal zwei Ampeln schaffen? Was machst du hier? Kann man nicht essen? Nein. Gut, äh, müssen wir jetzt dort hinter... Das ist immer ein gut versteckter Stern gewesen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall abwarten. Und Go! Bam! Fight! Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Der Dicke macht mich ein bisschen wahnsinnig. Seinen eigenen Freund hier. Bis später dran geht's. Ich spiele mich so in vorderen. Oh, oh. Kaput. Oh, oh. Aua. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Nee, du bist nicht tot. Du bist richtig garstig. Du hässliche Dreckskuh. So. Alter. Stirb, stirb. Atomic Explosion. So, da hinten ist noch einer. So ein Sack. Ein Sack. So, jetzt müssen wir hier lang. Ich gehe mal stark davon aus. Schmutz. Immer diese Höllenfeuer. Ja, nimm die nicht. Du Dreckstau. Komm schon. Wir haben es geschafft. Und. Flupp. Ich habe völlig keine Orientierung hier mehr. Wo muss ich hin? Muss ich dahinter? Oh ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, ein Schlüssel. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Das ist jemand über den Weg Reuss hier. Ivory Key. Wo ist der Weg Reuss? Scheiße, so was ist eine Kammer für den Scheitschlüssel. Wo geht es hier hin? So was machen wir hier hinten? Oh, das guck ich mir erstmal an hier. Von hier oben. Glaub ich. Wo könnten wir hin müssen? Nach oben irgendwie? Nee, nicht nach oben. So. So, der ist fort. Uh, das war knapp. Äh, Upgrades. Ähm. Komm, machen wir mal einfach noch alles hier hoch. Stinger. Keine Ahnung, was das ist. Warten wir mal vorsichtshalber mit dem Stück. Weck, 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 weck. Uh, uh, uh. So, hallo. Na, was ist denn hier los? Oh, das ist eine Seele. Seele! Zack. Power. Äh. Ich hab'r. Ich hab' ja, okay. Ich hab' keinen Plan. Echt nicht. Der runter. Nö, das geht ja, muss du dir nehmen. Nee, äh, Leute verzeiht mir. Aber da hab' ich ein bisschen zu viel Angst vor. Äh. Versuchen wir es doch wieder nach da oben. Ich glaube, wir versuchen es mal nach da oben. Machen wir hier nicht schon mal? Wer hat jetzt so Mäuse weggenommen? Wupp. Wui. Das war knapp. Das war sehr knapp. Witzk. Ich bin gleich down. Muss ich feststellen. Oh, oh, oh. Nein, schlecht. Ganz schlecht. Wir werden das erste Teil kaputt machen anscheinend. Kriege ich das irgendwie hin? Ah, ja. Ah, ja. Wups. Komm, wir kommen immer hier. Wir kommen immer hier. Yeah, wir sind drin. Ach, geil. Tut mir leid. Kurz unterbrechung. Oh, ich war tot. Gut. Hoch, 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 hoch. Und... Ups. Jetzt hat er hier Enraged Mode. Wer? Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Hui. Warte, war hier nicht so ein Geiz. Alter. Zack. Und... Oh mein Gott, nein, nein. Oh. Die bin so uns hervor und... und dicker. Okay, 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 okay. Warte, hopp. Nein. Komm her, Schatz. Komm her, Schatz. Oh, oh, oh. Komm her. Komm her. Also. Mach, 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 mach. Hutzk. Wieso mache ich immer Hutzk? Now. Lustig, auch seht's. Du hast einen Freirenner. Vielleicht triffst du mich ja ab. Ich... Was mache ich denn? Nehmen wir einen noch. Hutz. Hutz. Also, Wutz ist echt was Dummes. Ach, das war schon. Was macht doch mal hier dein dummes, äh... Also. So, jetzt bist du dran. Gut. Ich bin ganz dein. Dicki Wut Du spinnst wohl Komm her jetzt Oh mein Gott, ich muss mich schon wieder so konzentrieren Das ist schon wieder so, der Part ist überlang Und ich rede nicht Aber das ist alles so Unglaublich nervenaufreibend Komm jetzt, einen hast du noch Stell dir mal nicht so an Alter Alter, die haben sich doch wieder zurückgeworfen So Kleiner Miefsack Zack Teilen wir uns noch ein bisschen mit den Bohnen, die hier rumhängen Aber da brauchen wir einen Anni da hinten Und dann würde ich sagen, wir callen es einen Part Wenn es unermesslich spannend für euch wird hier Glaube ich Aber wen interessiert es? Nein, aber mich natürlich Ist dir beleid, so meinte ich das natürlich nicht Wir spielen DMC Ich bin CallPay an 100 DM Der mit der Zahl hinten dran Und äh Weiter geht's im nächsten Part Join me in DMC Bis dann und tschüss Wir haben mich noch einmal ein bisschen mit deméssackdacken Und dann füchst uns die Bohnen, die hier rumhängen Und dann füchst uns immer noch ein bisschen mit dem mal Und dann füchst uns das neue interviews Und dann füchst uns in den Bohnen, die hier rumhängen